Wer bist du? Nur ich. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, gut, gut. Oh, okay. Jetzt hast du dich noch. Jetzt bist du professional. Hi. Hi. Besser, ich komme eigentlich nicht mehr früher, weil ich weiß, dass jeder zu spät kommt. Bin ich schon egal, Leute. 20 Minuten geht eh. Wow, die hat ein Vlog. Vlog. Hallo. Vlog, ich mache heute was. Ich bin singen. Cool. Ja, das ist gut. Hallo Elisabeth. Danke. Findest du meinen Fake Account? Ja. Nein. Ja. 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 Was haben wir gerade gemacht? Ja. 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 Ja, ja. Was ist jetzt schon der Ziel? Wie fandest du das praktisch? Oder wie ist es für dich jetzt wieder beim Dance Competition, beim Euroconfest? Und er ist halt wieder dabei zu sein, dass er auch kein Deutscher gehört. Also für mich ist es wirklich nice. Also ich hab wohl lange nicht mehr getanzt. Hallo und du tanzt jetzt so? Hier ist ein Clip. Ich hab lange nicht mehr getanzt. Und das ist jetzt die zweite Competition. Was war das erste Mal? Das erste Mal, dass ich so wirklich getanzt hab, war hier an der Konferenz. YFC Konferenz. 2013 war Konferenz hier dort. Und da waren wir am First Place. Und ich war so proud. Weil eigentlich konnte ich da noch nicht so tanzen. Und eigentlich hat mir wohl schwer getan, die Steps zu merken. Und mitzumachen. Jetzt ist irgendwo gut. Jetzt ist das nicht besser. Clip hier. Clip hier. Ihr werdet es dann sehen, Leute. Ihr werdet es dann sehen. Was machen wir hier? Wir machen Tacos. Was machen wir hier? Was machen wir Tacos? Tacos, ja. Tacos mit Urkappone und Salsa. Dankeschön, Leute. You're the welcome. You're the welcome. Jetzt hab ich noch packen. Mahlzeit! WUH. 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 Ich habe jetzt nur einen Punkt zu fragen. Das sind die meisten von dir. Ich kann mal sagen. Du musst also das sagen. Ich weiß, wie man glaubst, dass das unterhalten wird. Ich habe einen Spaß von dir. Thanks, ups, 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 ups. Humans will machen. Oh, was du? Okay, zwei Schokolade. Manche Schokolade? Nein, nur bei. Komm mit drei Löffel. Zwei kleine Löffel, ein grosser Löffel. Bei mir ist ein grosser Löffel, wie geht es? Man, diese Putechka so lösne, zahe ich so baklick. Batsch, Batsch, Batsch! Hey guys, thanks for watching! Like this video, subscribe this channel and show some love in the comment section down below. And yeah! Bye! Yeah! Yeah! Boop!